So, ja, okay. Die Schienen hören sogar auf. Einfach so. Guck mal, was es da vorne gibt. Achso, ja, krass. Wow! Wack, scheiße. Kommst du raus? Oh, ja, ich komm wieder zurück. Ich bin einfach durch die Gegend gerutscht, alter. Mit V kommst du hoch, ja. Das war gerade unnormal tödlich. Jetzt hab ich mir nicht wieder zurückgekommen. Hier ist das gespawnt. Makarov-Magazin, nehm ich mir. Hier auch, ein Gewehr. Lee Enfield. Mit Munition. Keine Star- Alter, in dem Game sind noch keine einzigen Star-Nachs gespawnt, ne? Nur ein dieses scheiß G36-Magazins. Maginefresse, das ist doch nicht normal. Egal, der nächste, wir haben ja noch zwei. Ja. Ich bin nicht weit weg. Warte, ich mach mal gerade ein Spaw- und Ding-Punkt. Ja, ich setz mal den auf, falls sonst wir das in den Augen verlieren. Wo willst du, wo ist das? Äh, Polizei, das ist das linke von den beiden auf der Loot-Map. Direkt nebeneinander, ne? Mhm. Ganz oben rechts, ne, wo die Straße so einen komischen Kreuz. Das linke davon. Ach, jetzt hab ich auch so die Karte wieder weggemacht. So, da ist die Polizei. 260 Meter, ne? Mhm. Jo, alles klar. Also, wenn es diese Stadt in echtem Leben geben würde, würde ich sie nicht mal für einen Kurztrip besuchen, Alter. Das ist so hässlich. Sollen wir hier dann direkt in die Baustelle mal reingehen, oder was das hier ist? Ja, bin ich auch für. Von da oben hat man nochmal einen guten Ausblick auf alles. Warte, dann können wir nochmal ein bisschen abchecken, was hier abgeht. Okay, jetzt zwei neue Spieler drin. Black Fox und One-O-Mod. Oder One-Mod, oder wie er heißt. Hier ist ne Ziege. Willst du die abknallen? Wo? Wo ist die? Ja, knallt die ab. Oh, wir haben genug Essen. Ne, 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 lass es, lass es. Wir haben genug Essen erstmal. Ne, darum geht es nicht. Vor allem sind wir in der Stadt. Hier ist ne Toolbox. Hier ist ein Reifen. Merkt ihr das mal, dass hier der Reifen ist? Ha, er wird nachher sowieso verschwinden, wenn wir da weg sind. Heat Tool ist hier. Ja, da brauch ich nicht. Tong-Mischer. Spiel die erste Etage. Hier ist noch ne Axt. Fuel Tank. Fahrt. Wie wir jetzt schön dein Auto hätten reparieren können. Das hing halt immer ternfallfest. Da hinten rennt ein Zombie. Weiß nicht warum. Ne Axt. Ja, ist wegen dir. Wegen der Mauer, weil du da an der Mauer langgelaufen bist. Und er war hinter der Mauer aber. Weißt du, von daher können wir auf den Scheiß. Ja, hier ist, wie gesagt, noch ne Axt. Oh, hier ist noch was zu frälsen. Hier ist ne Glasscheibe. Sehr gut. Ja, cool. Soll mal essen. Hier ist auch ein Benzinkanister. Krass. Wir waren im toten Winkel. Da hab ich mich gleich mitgenommen. Ja, hier sind genug Sachen, um ein Auto zu reparieren, ne? Können wir uns direkt mal mehr an. Hörst du den Motor gerade? Warte, wo bist du? Ich hab hier gerade ein Auto gehört, wenn ich mich... Schöne mal recht. Nö. Geh mal weiter. Da ist bei dir jemand auf der Dürung der Straße. Mit dem Moped langgefahren. Aber hier ist noch Scrap Metal. Scrap Metal, Alter, hier ist voller Stuff. Wir können hier... Wir müssen uns hier irgendein Fahrzeug suchen und uns das reparieren. Wir können uns hier... Wir haben auf jeden Fall einen Reifen, einen Fuel Tank Part, ne Glasscheibe. Stimmt, hast du das einzige Auto hier. Hier ist noch ne Glasscheibe. Alter, zwei Glasscheibe. Und hast du das einzige Auto hier. Und hier ist auch voll viel fressen. Muss noch mal essen. Das ist voll der geile Loot hier. Noch mal zwei Dosen. Ey, wenn du, wir haben ja Fahrzeuge gespawnt. Da unten läuft ja die Ziege rum. Jetzt klettert er hier hoch. Ja, mach mal. Aber ich glaube, da oben Sponsor ist auch nix. Da kann man auch was von. Scheiße, Alter. Hunting Knife und Magazin für die AK. Hättest du dann ne... Hä? Das hat mich nett gemacht. Scheiße. So, ich geh jetzt wieder ganz runter. Hier ist noch ne Jerrycan übrigens. Krass, Alter. Wir könnten hier einfach... Wir müssen jetzt ein Fahrzeug suchen. Definitiv. Hier raus. Warte, check mal kurz die Loot Map. Ob hier... Hier spawnen überall Autos. Siehst du das? Da gucken wir dann gleich. Aber erstmal will ich die Militär-Loots hier raus holen. Wo bist du denn jetzt hin? Läuft du jetzt zur Polizeiwache oder was? Ja, ja. Das ist dann wieder hier raus. Weißt du, was mein Plan ist? Hm? Okay, ich komme hier glaube ich gerade nicht raus. So, hier vorne. Ich würde sagen, wir klappern hier alle Loots ab. Gucken mal, ob wir ein Fahrzeug finden. Dann bauen wir die Teile ein. Laufen hier weiter rum. Warten bis dann neue Sachen gespawnt sind und reparieren das Fahrzeug zu Ende. Ich würde sagen, das Fahrzeug machen wir am Ende. Es fluten wir hier, weil es sonst wird sind. Wo bist du? Bist du jetzt hier vorne endlich mal? Ich bin auf dem Weg zur Polizeiwache, aber wir haben hier zwei Zombies. Deswegen muss ich kurz. Bist du in der Polizeiwache dran? Nee, nee. Ich bin jetzt in der Polizeiwache dran. Aber da sind zwei Zombies am Haupteingang, deswegen muss ich kurz aufpassen. Dann haben wir ja beide jetzt ein Zombies am Arsch. Noch nichts gespawnt. Nee. Ich muss doch kurz chillen. Hier ist noch nichts gespawnt. Nee. Wo bist du? Keine Ahnung, ich glaube ich laufe die ganze Zeit um die Feuerwache, äh um die Dings rum. Ja da muss ich gleich nochmal rein, die ist noch nichts gespawnt, ich laufe jetzt nochmal in die Feuerwache rein. Aber ich bin jetzt auf dem richtigen Weg. Wo ist denn die Feuerwache alter? Ist doch keine Feuerwache hier, oder ist sie dahinter? Ich seh sie auf dem Fall schon. Hier ist ein Auto. Das fährt oder? Nee. So ich dachte, ich dachte jemand fährt damit. Nene ne ne, hier ist ein Auto mit dem man fahren kann so ein Jeep. Das ist aber ziemlich kaputt, das ist jetzt eine schlimme schlechte Wahl den zu benutzen. Da ist die Feuerwache, okay. Okay. Nein! Was ist jetzt passiert? Jetzt hingehockt, der Vollidiot. Hier ist ein Auto. Auch mit kaputten Reifen. Polizei-Auto. Ich hab mich angefangen zu gucken, sehr gut. Feuerstation ist leer. Ist auch kein Loot drin. Wenn er war hier... Woah! Natürlich ist nichts passiert. Ich bin wieder von dieser scheiß Leiter runtergefallen. Von der Treppe. Ich komm jetzt in die Feuerwehr. Hier ist nichts drin. Alles leer. Ja, ich ähm... Ich geh mal hier ins Eckhaus rein. Ich chill hier kurz. Ich chill hier kurz. Was ist mit dem Auto hier? Ja, das ist leer, aber da sind alle vier Reifen kaputt. Ja, das ist natürlich blöd. Das ist auch rot komplett. Ja, wir finden schon noch eines, was funktioniert. Hier spawnt auch nix. Alter, was ist hier los? War hier grad immer jemand looten, oder was? Alter, ich chill hier grad. Ich bin hier so schnell hingepaced. Es kann sein, dass es was dauert, bis hier was spawnt. Ich will hier vor der Feuerwehr haben im Auto. Also ich bin hier schon wieder im Eckhaus drin. Lauf jetzt noch mal zur Polizeistation. Hm. Ah, jetzt ist hier was gespawnt. In der Polizeistation ist eine Uzi. Hier ist zwei Rounds. 100er für die M240. Die wir leider nicht haben. Nicht mehr, ich hatte sie mal. Ach. Ach. Ja, beim Heli-Crash. Ganz am Anfang. Alter, kann ich nicht mal langsam Starnak spawnen? Zwei... Brauchst du noch ein neues Midi-Pack? Nö, ich hab... In der Feuerwehr ist noch nichts gespawnt. Ja, ich hab einen Standard gefunden. Ja, gut. Und eine RPK-Munition. Aber die brauchen wir ja nicht. Zweimal 75er RPK. Also in der Feuerwache ist noch nichts. Hast du in der Polizei gechillt oder auch vor der Polizei? Nein. Ich hab... Ich war gar nicht mehr in der Polizei. Ich bin weggelaufen einfach. Ich war zwischendurch nochmal... Aber du hast doch gesagt, dass der Uzi war. Ja, ich bin ja grad in der Polizeiwache. Ja, ja. Was soll das? Ich hab aber nicht hervorgestellt. Ich war noch zwischendurch in einem anderen Haus. Bin also hin und her gelaufen quasi. Jaaa... Und nun? Zum Airfield würde ich sagen, ne? Eine Sekunde. Ich muss ja kurz einen Zombie killen. Ich muss jetzt schießen. Das ist ja okay. Hm? Das ist ja okay. Das ist ja okay. Okay. Aber krass, dass hier in der Feuerwache einfach mal so gar nichts spawnen. Da komm ich auch noch so gar... Da komm ich nicht drauf klar. Nicht mal leere Dosen. Ne, nix, ne? Das ist krass. Ich würde sagen, gehen wir hoch zum Airfield, oder? Mhm. War nicht schwer. Da wollen wir einfach nur hier raus gehen. Hier kann man... Runter her. Warte, ich mach mir noch einen Navpoint. Zu den Lagerhallen erstmal, ne? Ne, ich... Ne, ne, ich... Ich würde sagen, davor. Was ist denn da mit diesem Sektor da unten? Da kann auch ein Oral spawnen. Allerdings ein offener Oral. Okay. Ich hab... Ich hab aber Orals gesehen. Die konnte man nicht fahren. Komischerweise, weil es doch auch da ist. Hat wer entdeckt. Wir müssen hier los... Hier raus. Hm? Wir müssen einfach hier lang. Sehr viel ist da hinten ja schon. Hm. Wie viele Leute sind auf dem Server? Oh, oh, ich hab was vorsehen. Nein. Lauf weiter, lauf weiter. Boah, knapp. Ich hab was vorsehen. Operation Arrow hat minimiert, alter. War ein bisschen doof. Du West. Du West, was fällt dir ein? Oh, es ist schon wieder im Dunkel draußen hier. Den ganzen Tag gezockt. Muss man auch nicht. Muss man auch nicht von heute. Wie sieht's morgen aus? Hast du was vor? Äh, bis jetzt nicht. Gut, da wird gezockt, würde ich mal sagen. Habe ich jetzt einfach mal festgelegt. Hinter uns ist es immer noch der Zombie. Wo rennst du hin? Wir rennst ganz schön weit links. Ich wollte erstmal die Lagerhallen abchicken. Ist der Zombie immer noch hinter uns? Die Lagerhallen sind aber jetzt... Ich habe einen Navpoint in den Lagerhallen gesetzt. Die müssen weiter rechts sein. Naja, aber hier... Von hier haben wir einen guten Überblick auf alles. Ja, der Zombie ist immer noch. Mit dieser Hessler und Zombie nicht mal weg wäre jetzt. Okay, geh mal hier nach links zwischen die Steine. Ja, wir werden den schon abhängen. Die Frage ist nochmal wann. Ja. Ja. Ja.